Yeah, endlich geschafft! Level 28! Das habe ich zwar schon im letzten Letztball erreicht, aber ich habe mein Geschenk noch nicht eingesammelt und ich bin jetzt ein sehr zu empfehlender Movistar. Ja, hier ist Fett Miri von Fettspielen.de und ich begrüße euch zur neuen Folge von Movistar Planet. Ja, ihr seht, ich kann mir jetzt einen Surfbrett aussuchen mit so coolen Tattoos drauf, einem Mützchen oder einen Wasserball. Ich nehme das Surfbrett, das finde ich ganz cool mit diesen Tattoos drauf. Ja, Level Up, neuen Look habe ich mir gestern auch gemacht und ich habe hier meine Quest auch gar nicht zu Ende gemacht, weil ich so ausgerastet bin, weil ich hier im Level Up gekommen bin und jetzt ein sehr zu empfehlender Movistar bin. So, wir schauen mal, ob wir noch ein paar Geschenke finden, denn ich sollte ja fünf blaue Geschenke finden, habe bisher aber nur eins gefunden, das ist natürlich nicht so gut. Ich weiß nicht, wo die sich auch überall verstecken. Hier ist noch eins, da, jetzt haben wir schon zwei bei Movie Town, können wir nochmal reinschauen, ob wir da noch eins sehen. Die sind aber auch immer echt gut versteckt, ja. Wahrscheinlich muss man da noch weiter irgendwie wo reingehen und da suchen, das machen wir jetzt aber nicht. Ich möchte nämlich schauen. Geil, oder? Level 28 bin ich endlich, nur dank eurer Hilfe, das ist echt super, das freut mich riesig. Und ich soll mich heute um mein Tier kümmern. Okay, dann mache ich das mal. Gehe ich mal in mein Room. Oder, nein, das mache ich nicht, das mache ich das nächste Mal. Das mache ich im nächsten Let's Play. Ich werde jetzt nämlich erstmal ein paar Leute dran nehmen, die letzte Woche unter das Let's Test, Tasty Tell, kommentiert haben. Und zwar ist das Lucy2331. Ja, ein Autogramm und ein Wunsch. Ne, kein Wunschlistengeschenk. Einen Look. Ja, einen Look. Nachdem ich das letzte Mal im letzten Let's Play nur einen Look gemacht habe, das war ein bisschen wenig, mache ich heute. Fange ich heute mal gleich an mit einem Look. Ich kann es gar nicht glauben. Level 28, sehr zu empfehlender Movie Star. Ja, bin sehr zu empfehlen. Meinen Let's Plays sind hoffentlich auch sehr zu empfehlen. Und dein Look ist ja auch sehr zu empfehlen. Also heute ist alles sehr zu empfehlen. Stimmt für den Warentest sehr gut. So, und wir nehmen mal hier die Frisur. Die finde ich ja toll. Die habe ich das letzte Mal auch schon genommen in meinem Let's Play. Aber, ja, die nehme ich. Die finde ich toll mit diesem lockeren Pony. So, das gefällt mir gut. Okay, schauen wir mal. Hier so ein schönes... Oh, das ist cool, sonnig. Das hatte ich auch noch nicht. Ja, das finde ich ganz cool. Oder hier sowas. Ne. Ich behalte das mal an, was ich jetzt anhabe. Das gefällt mir schon sehr gut. Ja, dann gucken wir mal noch auf der nächsten Seite. Nein, das war's. Ja. Das ist jetzt dein Oberteil. Und wir brauchen noch ein Höschen. Was nehmen wir denn für eins? Die Jeans vielleicht. Die finde ich auch schon mal für den Einstieg. Ganz okay. Schwarz. Ne, da fand ich die von der ersten Seite besser. Ja, die nehme ich auch. So. Ah, nee. Die war's gar nicht. Oh, die können wir aber auch mal nehmen in blau, oder? Sieht auch gar nicht so schlecht. Das passt zu den blauen Augen. Ja, nehmen wir mal. Weiße Chucks natürlich. Die wären auch cool. Aber mit diesen Absätzen Chucks finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so schön. Deswegen gucken wir mal nach Accessoires. Was wir da so tolles finden für sie. Die Kopfhörer. Ja, die passen aber nicht so gut zum Outfit, finde ich. Wir... So eine Uhr, oder das hier? Ja, das finde ich schon mal gut. Die Uhr hätten wir natürlich auch im Angebot. Ne, wir nehmen lieber die Armreifen. Und vielleicht noch was auf den Kopf hier. Och ja, das ist doch ein herrlicher Look, oder? Ein Sommer... Sonne... Ne, wie heißt das? Sommer, Sonne, Sonnenschein? Ja. Ja, Sonnenschein. Ich weiß nicht, ob das reinpasst. Look? Ja. Sommer, Sonne, Sonnenschein? Lucia2331. Ich hoffe, du magst meinen Look. Lass mich doch mal wissen und gib mir Feedback. Ja, nennt mich MSP29. Also ich nenne dich jetzt einfach mal MSP29. Okay, wenn das für dich okay ist. Eine Freundschaftsanfrage hat sich so viel. Oh, sie hat auch diesen süßen Teddybär-Animation. Die mag ich ja auch. Die habe ich ja auch. Aber habe ich noch nie verwendet. Aber ich habe ja auch meinen Conchita-Wurst, die da auch eine coole Animation hat und sich die ganze Zeit im Kreis nimmt, weil ich level up bin. Ja, und ein Wunschlistengeschenk. So, dann gucken wir doch mal, was wir dir Tolles schenken können. Was bekommst du denn? Die Cupcakes, die finde ich sehr lecker. Die reizen mich. Oh, da war jemand shoppen und hat Wunschlistengeschenke. Oh, spezielle Grüße von YassiGirl00. Dankeschön. Vielen Dank, YassiGirl00. So, die sammeln wir noch ein. Fame und Star Coins. Wir schenken dir hier die Combi. Du kriegst die Cupcake-Schuhe. Keine richtigen Cupcakes, aber Cupcake-Schuhe. Ja, viel Spaß nennt mich MSP29 mit deinem Geschenk. Und jetzt haben wir hier Minus Sunshine. Das ist sie. Auch eine FA wünscht sie sich. Hat sie mir auch schon geschickt. Ja, und ein Wunschlistgeschenk ebenfalls. Okay, gucken wir mal, was sie so auf ihrer Wunschliste hat. Eine Treppe, ein Sofa und... Och, das ist toll. Das bekommst du. Du bekommst das Teuerste von deiner Wunschliste. Das schenke ich dir, damit du die Sonne schön genießen kannst. Und Tally. Ja, Tally heißt sie nur. Tally, das ist sie. Level 6, ne? Ja, Level 6. Eine Freundschaftsanfrage. Und ebenfalls ein Look. Dann gucken wir doch mal. Sie wird ja wahrscheinlich noch nicht so viele Sachen in ihrem Kleiderschrank haben. Aber wir schauen mal. So. Dann ziehen wir das schon mal aus. Oh, das ist natürlich wirklich viel. Dann kriegst du jetzt die roten Haare, weil davor die blauen. Also, was... Ja, das passt doch auch gut zu den Augen. Was nehme ich hier für eine Hose? Die schwarz hast du auch an, ne? Ja, komm, die schwarze nehmen wir auch. Finde ich auch gut. Die Schuhe, ja, die sind's. Und nee, das nicht. Das hier? Das habe ich noch nie jemanden angezogen. Ich weiß gar nicht, was das ist. Wir ziehen es dir jetzt mal das erste Mal an, okay? So. Das ist mein Freaky Friday Look. Ja, weil heute Freitag ist. Mein Freaky Friday. Mein verrückter Freitag, ja. Kennt ihr den Film eigentlich, Freaky Friday? Der ist richtig cool, finde ich. Ich habe den schon so oft gesehen, ja. Ich kenne den, glaube ich, schon langsam in- und auswendig. Der ist doch mit der... Wie heißt die? Oh Gott, ich weiß aber nicht mehr, wie die Schauspielerin heißt. Ja, auf jeden Fall geht es ja darum, dass die die Rollen tauschen. Die Mutter und die Tochter. Stellt euch das mal vor. Ihr wärt eure Mutter und eure Mutter wäre... Ihr. Das wäre doch grausam, oder? Ja, also für euch. Beziehungsweise für uns, ja. Mich, ich weiß nicht. Naja, auch irgendwie schön. Ich weiß, man müsste es ausprobieren, ja, um darüber urteilen zu können. Und die Neicher, Neicher, ja, hat sich eine FA und ein Wunschlisten-Geschenk gewünscht. So, gib ein Geschenk. Was auch kommt? Das sieht ja so ein bisschen aus wie so ein Silikon-Implantat, ne? Ja, Freaky Friday mit Conchita-Wurst, seht ihr hier. Sie ist auch total am Absch... Ja, verrückt sein. So, du bekommst das Silikon-Implantat von mir und weiter geht's. Jetzt haben wir... Ach so, ich habe ja noch gar nicht die Bedingung gesagt. Genau. In der Zwischenzeit mache ich mal ein paar Geschenke auf. Meisterny Resort 012. Also, das zwölfte Meisterny Resort geht heute um 20 Uhr online und mit dem Titel Papagei, Papagei. Und darunter schreibt mal bitte in den Kommentaren, bis nächste Woche den 29.05. Freitag mit eurem Namen und euren MSP-Wunsch. Und mit ein bisschen Glück kommt ihr dann dran. Ja. Und ihr könnt mir auch mal sagen, ob ihr vielleicht den Film Freaky Friday gesehen habt, ob ihr ihn gut findet, ob ihr ihn scheiße findet, ob ihr ihn jeden Tag reinziehen könntet oder ob ihr ihn nie wieder sehen wollt. Ja, lasst es mich mal wissen und schreibt unter das Meisterny Resort Let's Play Nummer 12, was heute um 20 Uhr online geht, mit dem Titel Papagei, Papagei. So, dann gucken wir mal. Blue Girl 733. Was hat die denn für Tolles für mich? Eine Love Lamp. Wow. Und was gibt es noch von ihr? Oh, eine Babyrassel. Vielen Dank. Lollipop, Rappi, ein Breakdance. Bonner passt ja, weil sie so ein Rapperin ist. Flyland, ein... Ui, ein rotes Feuerkleid. Vielen Dank. Und was gibt es noch? Ein Girly Skirt und... Und dann auch ein rosanes Feuerkleid. Vielen Dank dafür. Das freut mich. Amira 424V schenkt mir einen Breakdance-Banner. Lara Bub. Was schenkt sie mir? Einen Sea Light. Vor lauter Bub habe ich jetzt auf dem Bildschirm gespuckt. Ein bisschen feuchte Aussprache heute. Heute ist ja auch mein Freaky Friday. Breakdance-Banner. Ja, gibt es von Anastasia 251203. Und 567 Lupo schenkt mir einen Kühlschrank. Wow. Da werde ich gleich mal mein Getränk ranstellen. Maigü 6, eine Piggybank. Also ein kleines Sparschweinchen. Und Demet Herzchen 3, ein Chocolates for You. Ja, vielen Dank dafür. Das ist lieb. Danke für eure Geschenke. Und wen habe ich denn jetzt hier noch auf meiner Liste stehen? Ja, das ist LOL YOLO Girl 2014. Du lebst in der Vergangenheit. 2014 ist doch schon rum. Egal, ich schicke dir trotzdem eine Freundschaftsanfrage. Und ein Bio-Look sozusagen. Ja, beides eigentlich. Ja, ich bin LOL YOLO Girl 2014. Katze und Hunden sind wahrscheinlich ihre Lieblingstiere. Hobbys? Singen und Musik hören. Ja, das passt ja. Morgen ist ja ESC-Finale in Wien. Lieblingsfach... Theater? Das wird wahrscheinlich eine AG sein, oder? Theater-AG. Also ich habe das nicht in der Schule gehabt. Aber Theater-AG gab es immer. Lieblingsessen? Pita. Ja, oder Pita. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Lieblings-Movie-Star? Angelina Toni. Oh, schade. Ich bin nicht dabei. Naja, gut. Lieblingsfilm? Bibi und Tina. Ja, das habe ich... Ich habe früher übrigens auch mal Bibi Blocksberg und Bibi und Tina. Na, gehört. Und ja, damals gab es das noch nicht im Fernsehen. Doch, später gab es das dann als Comic. Ja, also habe ich ja früher auch immer geguckt. Lieblingsserie bis jetzt Violetta. Lieblingsspiel? Was auch sonst? MSP. Augenfarbe grün und blau. Haarfarbe brown. Lieblingsoutfit? Leggen-Shirt. Lieblingsmusiker? Max Dojan. Okay, den kenne ich nicht. Tut mir leid. Ich hoffe, ich habe ihn richtig aufgesprochen. Lieblingslieder? Du liebst mich nicht. Uptown. Ja. Du liebst mich nicht. Du liebst mich nicht. Ich hoffe, das ist jetzt das richtige Lied gewesen, was ich hier angestimmt habe. Du bekommst jetzt noch einen Look von mir. LOL YOLO Girl 2014. Ja. Oh, du scheinst pink. Auf pink fährst du total ab. Kann das sein? Und auf pinke Nerdbrillen und pinke Hüte und pinke Schuhe. Okay. Dann gucken wir mal. Vielleicht kann ich ja auch so ein bisschen einen pinky Look machen. Aber dazu muss ich natürlich erstmal bei deinen Frisuren nachschauen. Ja. Das ist auch alles sehr pink-rosa. Also ein richtig girly. Was nehmen wir denn? Ich finde das hier ganz cool. Mit diesem Rasterzöpfchen an den Seiten. Das wunderschöns cool. Das nehmen wir mal. Und was haben wir denn da noch Schönes für deinen Look? Oh, das ist toll. Hmm. Das ist ein tolles Kleid, finde ich. Ich gehe trotzdem nochmal auf Seite 2. Ja, das muss es eigentlich werden. Ich will gar nichts anderes nehmen. Das finde ich schön. Ja. That's it. Und Schuhe. Die hier. Hm? Nee. Aber Turnschuhe kann ich natürlich nicht drauf anziehen. Aber die hier. Die passen zu den Haaren. Ja, die nehmen wir. Und was haben wir jetzt noch an Assess? Was? Vielleicht noch hier die Sternen. Guck mal, ich hätte auch voll den pinky Look gemacht. Du hast wahrscheinlich auch alles rausgelöscht, damit dir niemand einen anderen Look macht, oder? Also das alles pink ist, was du bekommst. Oh, hier noch Schleifchen. Nein. So, ich bin aber zufrieden mit meinem Look. Das ist jetzt mein Komplett in Pink Look. So, ich hoffe, du magst ihn, LOL, YOLO, Girl. Und genau, lass mich auch mal wissen, ob er dir gefällt oder nicht. Das ist hier die Frage. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war es auch schon wieder für heute. Oder machen wir noch eine Runde Geschenke auf? Ja, wir machen noch eine Runde Geschenke auf. Pass auf. So, wo sind wir denn? Hier, Geschenke, Geschenke, Geschenke. Wie gehen wir nach hinten, gehen nach hinten, gehen nach hinten, nach hinten, nach hinten. Und stopp. Bye, bye, love as Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Schenkt mir eine schicke braune, einen schicken braunen Bob. Und die Party People Hose. Und, Achtung, Backstreet Girl. Oh, warte, Mariam Hübsch. Was schenkt sie mir? Oh, Tigerohren. Vielen Dank dafür. Und, Achtung, Free Willy, Free Willy, ja. Und nochmal Free Willy, ja. Das habe ich früher auch mal geguckt, den Film. Lucy Nay, was schenkt die mir denn Tolles? Eine neue Frisur, in love. Laura Mausi schenkt mir diesen Casual Cool. Lederjacke mit unterteilt drunter, danke. Also, Laura Mausi Girl heißt sie. Das Hasenmädchen. Schenkt sie mir ein Haar so? Nein, ein Löwen. Das war ja mal verrückt. Natasch Na, heißt, hat mir eine Snack-Tatur geschenkt. Vielen Dank dafür. Und was gibt es noch von ihr? Eine schicke Schleife für mein Haar. Und große Anna Herzchen. Spring Girl, eine neue Frisur. Und noch eine Seite. Eine geht noch. Kanz1927 hat für mich ein On-Fire-Kleid. Ja. Baby, I'm gonna like my fire. Hier, und eine schicke Hose. Eine Jogginghose gibt es von Pira Vigna. Vielen Dank dafür. Ellie, lol1908 schenkt mir die Crumpy Couch. Hannah Loh 2. Ach ja, danke. Das finde ich also toll. Das hätte eigentlich Conchita Wurst auftragen können. Ich finde, Conchita Wurst sollte dieses Jahr dieses Kleid tragen, wenn sie auftritt. Das finde ich super. Und die coole, was? Die coole Promstar, okay. Die schenkt mir hier diese coolen Federn. Und I love me, in Klammern funny, gibt mir einen süßen Love-Messenger. Ist das nicht toll? Ja, ich bedanke mich für die ganzen Geschenke. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schaut morgen den Eurovision Song Contest. Ich werde ihn auf jeden Fall mit meinem Vater zusammenschauen und bin mal gespannt, wer so mein Favorit ist. Ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Natürlich auch schon mal schöne Pfingsten. Kann man das schon wünschen, ja. Aber Montag bekommt ihr natürlich trotzdem Let's Play von mir. Und da geht es weiter. Auch wenn Feiertag ist, ich nehme trotzdem für euch auf. Macht's gut. Bis bald. Eure Miri.